Warum ist das aus? Jetzt ganz ruhig, ja? Ruhe! Diese Drecksspinne, schaltet sie ab! Irgendein Wichser sperrt uns mit dem Boot aus, findet ihn! Geh doch in den Kindergarten, wenn du versteckst! Alles klar, ich seh woanders nach! Hier ist nichts, weiter! Hier ist nichts, weiter! Das ist da drüben! Ich werde dich finden! Scheiß drauf! Weiter geht's! Hey! Ich bin da! Wir sind auf ihrem Gesetz vom Parlament, abgesegnete Macht! Und da ist alles wieder zu tun! Ach! 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 Da ist was rum! Ist jemand! Du bist am Arsch! Lenk das Bruder von dir ab! Neutralisierende feindliche Zielperson! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Okay, wir müssen hier alles absuchen. Hey, Drohne, Sucher einleiten. Hier ist nichts. Alles klar, ich sehe die anderen. Das ist meine Zeit nicht wert. CtOS Hub lokalisiert. Oh, oh. Gefährlich und wir setzen das Potenzial in der Weile. Suchen wir die Schlampe. Keine Spur mehr. Schreib eine Erklärung in den Bericht. Unser Klient sollte zufrieden sein. Sein Freund ist gar nicht tot. Zumindest ist er nicht hier gestorben. Was soll das heißen? Es gibt keine Patientenakten. Und laut GPS-Daten war das Signal des Krankenwagens weg, bevor er das Krankenhaus erreichte. Die Fahrerin muss es ausgeschaltet haben. Und das ist etwas verdächtig, wenn du mich fragst. Ich bin schon dran.